Musik Von Dr. Iris Hinneburg verfasst am 17. Januar 2011 Urheberrecht Epix Center Fotolia Da das der Mensch Nebenhöhlen hat, merkt man meist erst, wenn sie entzündet sind. In den Schädel- und Gesichtsknochen finden sich unter anderem seitlich der Nase und im Stirnbereich Hohlräume, die mit der Nasenhöhle verbunden sind. Sie sind mit Schleimhäuten ausgekleidet und tragen beim Sprechen zum Klang der Stimme bei. Wenn bei Erkältungen oder allergischen Reaktionen die Schleimhäute anschwellen, können die Abflüsse zur Nase verstopfen. Die Folge Zerschleim bleibt in den Nebenhöhlen zurück, die Schleimhäute entzünden sich und es entsteht eine Sinusitis-Nebenhöhlenentzündung. Deutliche Symptome unter einer Sinusitis leiden, kämpft meist mit Schmerzen im Bereich von Stirn- und Oberkiefer. In vielen Fällen verstärken sich die Beschwerden, wenn man sich nach vorne beugt. Die Nase ist verstopft und produziert zähes, gelbes bis grünliches Sekret. Häufig verleitet das zur Annahme, dass Bakterien die Verursacher der Nebenhöhlenentzündung sind. Doch das trifft nur bei etwa 30% der Erkrankungen zu. In den meisten Fällen sind Viren für die Sinusitis verantwortlich. Nur selten Antibiotika notwendig, deshalb ist es für die meisten Betroffenen weder notwendig noch sinnvoll, Antibiotika einzunehmen, denn diese helfen nur bei bakteriellen Infekten. Doch selbst wenn Bakterien an der Sinusitis beteiligt sind, heilen die meisten Nebenhöhlenentzündungen auch ohne Antibiotika innerhalb von zwei Wochen von selbst ab. Falls allerdings sehr starke Schmerzen oder hohes Fieber mit starkem Krankheitsgefühl auftreten, kann die Verordnung von Antibiotika notwendig sein. In diesem Fall werden am häufigsten Amoxicillin oder Acidromycin eingesetzt. Hausmittel lindern Symptome Bewährte Hausmittel können helfen, die schlimmsten Beschwerden zu lindern. Dazu gehört es ausreichend zu trinken, damit der Schleim sich verflüssigt. Auch Wärmeanwendungen in Form von Rotlicht oder einer nicht zu heißen Wärmflasche tragen dazu bei, dass die Nebenhöhlenentzündung abklingt. Nasenspülungen mit Salzlösung unterstützten das Abschwellen der Schleimhäute. Man sollte auch nicht allzu heftig schnäuzen, weil durch den hohen Druck das Nasensekret in die Nebenhöhlen gepresst werden kann. Zigarettenrauch kann die Schleimhäute noch zusätzlich reizen und sollte deshalb vermieden werden. Hilfe aus der Apotheke Auch rezeptfreie Arzneimittel aus der Apotheke können bei Sinusitis die Symptome mildern. Bei Kopfschmerzen durch eine Entzündung der Nebenhöhlen helfen Medikamente mit den schmerzstillenden Wirkstoffen Paracetamol oder Ibuprofen. Abschwellende Nasenspriss sorgen dafür, dass das Sekret aus den Nebenhöhlen besser ablaufen kann. Allerdings sollten diese Sprays nur dreimal am Tag und höchstens eine Woche lang verwendet werden, da sonst die Nasenschleimhaut geschädigt werden kann. Besuch beim Noaz Nicht immer verläuft eine Nebenhöhlenentzündung unkompliziert. Wenn sie länger als acht Wochen andauert, sprechen Mediziner von einer chronischen Sinusitis, die möglichst von einem Noaz abgeklärt werden sollte. Gleiches gilt, wenn eine Sinusitis häufiger als dreimal im Jahr auftritt. Dieser Artikel dient nur der allgemeinen Information, nicht der Selbstdiagnose, und ersetzt den Arztbesuch nicht. Er spiegelt die Meinung des Autors und nicht zwangsläufig die der Yameda GmbH wider. Punkt Wie hilfreich fanden sie diesen Artikel? 55 interessante Artikel zum Thema Hals, Nase, Ohren Wie hilfreich fanden sie diesen Artikel zum Thema Hals, Nase, Ohren